Das Teil ist fertig und ist richtig gut. Was machen wir? Das Ding müssen wir testen. Vertrieb, Geschäftsführung, Konzernführung, Familie. Wir alle. Erst dann kann es raus. Das Problem ist, das einzige Exemplar, das wir haben, ist in der Ausstellung. In der Ausstellung? Im Museum. Im Museum? Ich kümmere mich drum. Persönlich. Ha, ha, ha. Im Museum. Bis zum nächsten Mal. Ich hab das Ding. Jetzt seid ihr dran. Bis zum nächsten Mal. Das Ding ist klasse. Das kann zum Chef ins Auto. Das Ding ist klasse. 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 Bis zum nächsten Mal.